Du bist gerade neu auf der YouTuber-Insel. Warum stellst du dich auf Timmys Seite, anstatt sich mit uns zu verbinden? Weil die YouTuber-Insel vernichtet werden muss! Ganz klar! Aber wieso denkst du so? Alles hat damit angefangen, dass wir vom bösen Admin auf die YouTuber-Insel gelockt wurden. Dort haben wir dann Timmy kennengelernt, unseren Anführer. Erst war ich noch unsicher, ob etwas Böses in mir steckt und ob ich auf der Seite von Timmy sein sollte. Aber als wir so getan haben, als wüssten wir vor nichts und die Achso-Guten zuerst angefangen haben zu kämpfen, hat das was in mir ausgelöst. Ich will die Insel brennen sehen! Wenn ich das mit der Hand versuche abzubauen, das tut einfach zu sehr weh. Ich muss ja warten. Ich will zum einen niemanden verärgern, zum anderen muss ich einfach hier jetzt warten. Gestern bin ich noch auf die YouTuber-Insel ganz normal gekommen und als ich jetzt hier aufgewacht bin, war ich plötzlich hier. Und ich bin von Harnling und Beule einfach getrennt. Hä? Hä? Hallo? Kannst du mich befreien? Äh, Bro? Was machst du hier? Warte, warte, warte. Ich hol dich raus, ich hol dich raus, ich hol dich raus. Also ich bin hier... Hallo? Lukas, du bist auf der Suche nach Mädels? Ey, hier, hier ist er! Hey, Lukas! Hey, wie ist das? Ein Mädels! Danke fürs Befreien, Jungs! Hey, was tut ihr euch da? Du, du! Hey! Hey, Jungs, da hättet mal an. Ey, bist du ein Mädel? Ich bin kein Mädel, ich wurde hier eingesperrt, ja? Was bist du denn für ein Mädel? Boah, ein richtiger... Beruhigt euch jetzt mal! Hey, ihr könnt nicht die ganzen Hunde töten, seid ihr verrückt! Das ist unsere! Wir brauchen eine Hunde! Hey! Ihr spielt doch total! Ey, eine Frage, du hast richtige Eier in die Hose? In der Hose? Ja, guck mal hier! Sieben Stück! Ich glaube, Timmy wird langsam ungeduldig! Oh! Timmy! 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 Timmy, der Beste! Ich folge euch! Ich folge euch! Ich folge euch! Ich folge euch! Mein Rückenbizeps ist gleich kaputt! Ehrlich jetzt! Hey! Ihr seid ja hier! Hä? Wo ist ihr? Wo ist ihr? Hallo? Wir müssen wieder... Wir müssen zurück wieder zu Timmy! Hey! Okay, wir gehen zu Timmy wieder! Folgt uns, folgt uns! Wie wieder! Folgen wir! Wir gehen durch! Ich hab schon... Mein Name ist Kiro! Kiro? Wer hat nach meinem Namen gefragt? Leute... Du bist ein Huhn! Ich bin Kiro! Oh, okay! Ich bin Kiro! Du bist da oben zu hohen! Oh mein Gott! Was ist das hier? Boah! Timmy! Wer wagt es sich anzugreifen?! Attackiert sie! Attackiert sie! Attackiert sie! Ehrlich! Wer wagt es?! Ah! Wirst du kämpfen oder was? Hopp damit ey! Ja doch! Komm her! Das gibt richtig Stress ey! Wir sind da! Wir sind da! So! Vielleicht sollte ich mal meine Sachen anziehen! Oh! Was macht ihr da? Was macht ihr da? Hey Leute! Wollte kämpfen oder was? Ich sag euch ehrlich! Das geht nicht gut aus für euch! Okay, wir haben jetzt alle hergebracht! Was passiert denn jetzt? Es wird Unheil über euch kommen! Was? Ja dann Timmy! Auf geht's! Wie auf geht's? Was heißt auf geht's? Was passiert jetzt? Was auf geht's? Was auf geht's? Was auf geht's? Schön, dass ihr wieder zu mir gekommen seid! Was auf geht's? Wollte ich nur! Ich wollte wissen wer zu mir steht und wer nicht! Und ich glaube es ist Jo! Du stehst nicht zu mir oder? Auf gar keinen Fall stehe ich zu dir! Was laberst du eigentlich die ganze Zeit? Es macht eh keinen Sinn, dass du jetzt auf einmal da bist und dann diese neuen Leute, den vertraue ich auch gar nicht! Ach so! Den vertraust du nicht! Nee, du vertraust nicht! Ja! Ey Jungs! Können wir mal ganz kurz alle unsere Bogen raustun und kurz mal hier auf den Timmy Aimen ganz kurz! Hey! Stopp! Hast Timmy ihren Ruhr! Statt im Ruhr! Hast Timmy ihren Ruhr! Hast Timmy ihren Ruhr! Hast Timmy ihren Ruhr! Seht ihr? Seht ihr? Die greift's nimmer an! Die greift's nimmer an! Der ist es an! Eingriff! Es geht! Wir haben euch völlig zufrieden! Oh! Sie sind gewissen! Ach Timmy! Von der Hand! Wo seid ihr? Habt ihr alles passiert? Ja! Ja! Was ist alles? Jo! Egal! Greif einfach rein! Jo! Einfach rein da! Willst du das? Da kann ich nicht! Sag dir ehrlich! Komm her! 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 Rett doch nicht weg! Komm her! Komm her! Ich hab keine Angst vor euch! Ich hab keine Angst! Ich hab keine Angst! He? Netzy! Ryan ist auf der richtigen Seite! Ryan! Ich sag dir ehrlich! Du ehrenlose! Weg mit euch! Komm her! Komm her! Oh! Man wollte mich vergibten! Weg mit euch! Ihr werdet uns nie besiegen! Das werden wir sehen, das werden wir sehen, dass ihr mich besiegen könnt, oder nicht? Du wirst mich nie besiegen! Ich auf der richtigen Seite! Ich werd Chicken Nuggets auf dir machen! Oh, du bist das Hütchen! Tja, was ne Ironie! Du kannst mich nicht besiegen, das wird nichts! Gib auf! Ich werd niemals aufgeben! Ich bin nämlich auf der richtigen Seite! Du musst auch nur auf der richtigen Seite sein! Ich bin auf der richtigen Seite! Warum, du hast mich noch nicht besiegen? Deine Freunde, haut schon ab! Warum kämpfst du noch? Triff doch! Triff! Ich brenne ein bisschen! Triff doch lieber! Geh doch weg jetzt! Du bist allein! Guck dich doch um! Guck dich doch um! Du hast mir doch gar keine Fragen gemacht! Was hast du für ein Scheisschwert? Ey, das kann ich nicht über dein Schwert sagen! Das ist genauso kaputt! Kero, ich werd rasiert! Kero, ich werd rasiert! Kero, er wird rasiert! Kero, er wird rasiert! Ich werd rasiert! Kero, er wird rasiert! Kero, wir sind ganz zu kurz! Ja, Kero, ist auch nach Kero! Geht hier! Geht hier! Geht hier! Der sechste Unheimel ist sowieso um gewinnen! Ey, komm her! Geh weg! Deine Nase stört mich! Kero, sie leckt mich nach! Kero, sie leckt mich nach! Hier, mach die Chicken Nuggets aus! Geht's okay, hilf Sie! Meine Chicken Nuggets verbrennen gerade! Bro! Warum musstest du eigentlich schon Gold abgelassen, Kero? Ich hatte Hunger! Nichts anderes! Wirklich! Ehrlich! Kero, du bist schlecht! Hast du schon mal Minecraft gespielt, Kero? Ja! Sieht man nicht! Ich hab Spleef gespielt und damit hab ich alle besiegt! Ja, aber das ist kein Spleef! Ich schlaf gleich ein! Du machst mir keinen Schaden! Bro, du machst mir keinen Schaden! Du hast doch schon Gold abgelassen! Ich war nicht auf der Seite von Temi, Ben! Können wir kurz Pause? Ja, warte! Ich bin außer Aten! Ja, ja, ja! Das geht viel zu lang! Warte, warte! Partnerwechsel! So! Nein, nein! Gegen wen muss ich kämpfen? Wer ist hier? Wir gegeneinander, Kero! Achso! Warte, meine Augen kämpfen die noch! Hanlik! Will! 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 Wir sind in der Überzahl! Oh mein Gott! 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 Nein, 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 nein! Oh ja! Ich hab mich aufs Ding gehauen! Oh ja! Lass sie nur Ruhe! Wir können die nicht killen! Wir können die nicht killen! Ey, kicken! Ich mach das erst, dass wir killen oder so weiter! Ey, ey! Ruhig dich! Ruhig dich! Ruhig dich! Ruhig dich! Ihr werdet uns nicht killen! Wir sind unbesiegbar! Ruhig dich! Was hältst du denn so vom Hinterhalt an? Na, komm! Auf ihn drauf! Auf ihn drauf! Er haut ab! Das heißt, er muss low sein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die ganzen Lunderfuckets! Meinen Blinden! Leute! Verfolgt sie! Verfolgt sie! Sie hauen ab! Sie hauen ab! Sind die abgehauen? Die abgehauen oder was? Ey, Lukas! Geh weg! Geht alle weg! Hä? Wir haben sie weggetrieben! Wo ist Timmy? Ja, stimmt! Wo ist Timmy? Ist er mit rüber? Oh nein. Wir müssen schnell gucken. Okay, lass, lass, lass. Wir sind hier rüber. Ich muss ihm helfen. Lass, 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 lass. Lass, 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 lass. Ich hab euch alle belogen. Ich hab euch alle belogen. Ich hab euch alle belogen. Timmy. 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 Timmy hat sie vertrieben. Bleib mal mit dir, Timmy. Vertrieben. Vertrieben, ja, ja, ihr habt sie vertrieben. Lass Kero in Ruhe, Mann. Ja, ihr wollt nicht mehr. Lass Timmy in Ruhe. Lade auf die testing. Lade auf die testing. Lade auf die testing. Hau die ab. Lade auf alle Fälle. WTF. Sorry. Auf den Gehle. Ich helf dir. Ich helf dir. Ich helf dir. Ich helf dir. Es ist viel zu dunkel. Ich seh nichts mehr hin. Find ich gut. Läuft da aber. Wer ist das so los? In hier. Ja, okay. Den holen wir jetzt. Achso. Auf auf ihn. Rauf. Rauf, rauf, 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 rauf. Mach ihn low. Ein Griff. Das ist richtig schlecht. Dann hol uns. Ihr seid die Schwachen. Warum haut ihr dann ab? Wenn der Sterne hier auf der Insel ist. Wenn wir so schlecht sind, warum haut ihr ab? Erklär mir das. Ich bin doch fast tot. Was ist los? Weg mit dir. Weg mit dir. Jungs, ihr seid doch mal ein Goldnappe. Nein. Ach, ich kann nur wie schlecht sein. Komm raus, komm raus. So, ich schmeiß dich. Hat jemand mal ne Fackel? Ich sehe nichts. Timmy. Weg mit dir. We have Timmy. Was ist? Was passiert? Unser Support ist gekommen, Kiro. Unser Support ist gekommen. Fatome. Oh, Timmy hat den Winner geholt. Timmy bringt das große Böse hierher. Er hat nicht ernsthaft jetzt Winner gespawnt. Und wie er das hat. Wir werden alle vernichten hier. Guter Winner. Seid euch sicher, wir werden alles vernichten. Ihr habt selber alles vernichtet. Chiu, du hast alles kaputt gemacht. Du bist der Schuldiger. Chiu, du warst es schon immer. Wir sind ein guter Mann. Du warst es schon immer. Chiu, du bist das Böse. 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 Was ist das für ein Hinterhalt? Das ist ein Feuchling-Luf! Ist der Alpha-Klan jetzt auf unserer Seite? Ich hab's gerne gesagt! Der Alpha-Klan gehört zu uns! Ja, der Alpha-Klan muss in seinem Blut sein! Wir sind die Sterben! Wir sind ein Team! Was steht dir? Alpha-Klan! 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 Guck mal, was ich gefunden habe! Von jemand anderem! Oh mein Gott! Hallo Alpha-Klan! Hallo Alpha-Klan! Ich finde meine Items wieder! Oh mein Gott! Du bist Alpha-Klan! Nein! Nicht mal wieder zu! Gar nichts kriegst du! Gar nichts! Ey stop, ich will reden! Ich will reden! Du willst zu reden! Was willst du? Ja okay! Könnt ihr mir bitte Wachter geben? Ich sterbe sonst! Wollt ihr reden, hä? Lass ihn reden! 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 Oh! Tja! Das hast du gut gemacht! Er hat Hühnchen gegessen! Dann nehmen wir uns mal seinen TNT! Hey! Komm richtig! Zyu ist getriggert! Zyu ist getriggert! Warum wird Zyu eigentlich noch am Leben hier rum? Ich weiß es auch nicht warum Zyu noch am Leben ist! Los komm Zyu! Zyu ist getriggert! Leute ich hab TNT gefunden! Du solltest schon längst vernichtet sein! Besser ist es! Du kommst von dem Alpha City hier! Er zittert vor, der macht das Sechsten ohne Hals! Niemals! Niemals werd ich vor jemandem wie dir zittern, Mann! Du hast deine Rechte verloren! Leute! Wie erbärmlich bist du eigentlich! Zyu hat sie ab? Flieg! Leute! Sollen wir den zweiten wieder auch noch spawnen? Oder sollen wir es für das andere machen? Tun wir es! Ja? Wo soll er hin? Wo soll er hin? Auf den Berg da oben! Auf den Berg! Das ist eine gute Idee! Auf den Berg! Auf den Berg! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Es geht los! Oh mein Gott! 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 Drei! Zwei! Drei! Ja! 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 Let's go! Er ist da! Er ist da! Er ist so schön! So schön! Ich will ihn berühren! Oh! Er war nicht würdig! Aua! Er war nicht würdig genug! Ich hab ihn nur berührt! Alles gut! Rettet die Rüstung von ihm! Los Leute! Rettet die Rüstung von ihm! Wo ist die Rüstung von ihm? Seht ihr? Seht ihr? Er hat sich zurückgezogen! Wie sonst auch immer! Ja, ich hab auch TNT! Wollen wir hier noch TNT sprengen? TNT halten uns noch vor! Da müssen wir abwarten! Aua! Aua! Lass uns mal wegfliegen! Was soll das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der ist stark! Der ist stark! Normal! Wir sind unbesichtbar, Alter! Niemand kann uns aufweichen! Wie die voll abgehauen sind, Mann! Die kleinen Loser! Nein! Hab doch Respekt gegenüber mir! Wir müssen uns doch gegenseitig respektieren! Wir können doch... Was für respektieren! Wir vernichten die Insel! Wir zerstampfen dich so wie alle anderen! Also was willst du sagen? Schreden! Entweder du schließt dich uns an, oder du stirbst! Eine Doppelküste steckt in TNT! Das heißt, wenn ihr mich killt, dann kann ich TNT holen und kann alles wegsprengen! Wir haben noch nicht meine Basis! Was willst du denn damit machen? Was willst du wegführen? Aber ich könnte euch helfen! Ich könnte euch helfen! Du hilfst indem du gerade meine Artgenossen frisst! Was stimmt mit dir nicht? Nein! Er hat gerade Hühnchen gefressen? Du legst sofort das Hühnchen aus dem Inventar! Du bist krank! Du vermichtest sofort die Hühnchen! Okay, 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 sorry! Ich will's brennen sehen! Also, ich will mit euch reden! Sprich! Also, aber bitte! Legt die Waffen aus der Hand und zieht eure Rüstung aus! Ich pack auch meine Apfel weg! Ich nehm Apfel in die Hand, aber die Rüstung lasse ich an! Ja, die Rüstung lasse ich auch an! Ich vertraue dir nicht! Du willst doch nur reden! Also was für Traum! Du willst doch nur reden, dass du zwei Dinger TNT hast! Und jetzt? Wer? Ja, komm! Ist egal! Wir nehmen alle unsere Goldäpfle in die Hand! Sprich jetzt! Sag, was du zu sagen hast! Sag, was du zu sagen hast! Oh, wow! Oh, 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 oh! Sorry! Jetzt hab ich jetzt alles weg! Ist alles weg! Also, langsam reicht's mit ihm, oder? Der ist richtig respektlos! Der ist richtig respektlos! Ich will reden! Ich will reden! Dann red doch endlich! Okay, also! Ich habe viel TNT! Viel, viel TNT! Ja, das klingt doch schon mal gut! Aber, so! Ich fühle mich gerade ein bisschen von euch gefangen genommen! Aber ihr wollt mich doch nicht... Du hast uns doch hier reingeloggt! Du willst die ganze Zeit mit uns reden! Also, entweder sprich oder wir klauen einfach dein TNT! Entweder sprichst du in fünf Sekunden, oder wir killen dich! Nein! Wir killen mich! Fünf, vier... Okay, okay! Also, ich will den Alpha-Clan beiziehen! Ich drehe euch bei! Ich drehe euch bei! Okay? Aber das können wir gar nicht entscheiden! Das musst du den Alpha-Clan fragen! Ich will euch alle Sache sagen! Ihr seid lustig! Wir müssen darüber mit Tibi sprechen! Hey! Ihr seid schlecht! Ihr seid schlecht! Schleicht! Tja! Aber weißt du was? Der, der uns schlecht nennt, ist gestorben! Ja! Hey! Schon wieder sogar! Das ist schon ein bisschen peinlich! Wer ist jetzt schlecht? Lass mal Tibi suchen! Ich weiß! Lass mal im Alpha-Turm gucken! Hallo! Oh Gott! Hallo! Ist hier jemand? Boah, ist das gefährlich hier! Naja, scheint keiner da zu sein! Okay, sollen wir hier runter? Diven! Ah! Okay, das nehm ich als Ja! Das war aus Versehen! Aber wo sind denn alle? Aber weißt du was? Dadurch, dass der Alpha-Clan jetzt zu uns gehört, können wir hier auch Konferenzen machen! Kannste halten! Kannste halten! Ja, wir können hier chillen, Alter! Meinst du, die haben Klo hier? Ich muss mal... Es wurde vorhin noch gesagt bei mir im Chat, dass der Alpha-Clan auf der guten Seite ist, aber sie haben sich sofort uns angeschlossen! Ja, voll auf der guten Seite! Das ist der Schiff! Hier wird ja einmal noch gekämpft! Wer weiß, was morgen passiert, Leute! Ach, ich soll sterben? Ja, ich soll sterben! Lass sie mir in Ruhe! Sag das doch mal! Sag das doch mal, dass ich sterben soll! Lass sie mir in Ruhe! Lass sie mir in Ruhe! Ist so! Keiner wird sich mit mir anlegen! Schon wieder die Stiche von hinten! Ist so alt! Einmal von hinten kommen sie! Das ist so peinlich! Immer von hinten! Was anderes können sie nicht! Ihr seid einfach die größten Loser, die ich je gekämpft habe! Ihr solltet Rückzug machen! Ihr solltet Rückzug machen! Scheiße, Scheiße! Diese Schlucht hier! Alter Schatz! Alter Frack! Ihr habt ihn niemals! Alle zusammen! Die Besprechungen mitkommen! Jetzt mach ich halt auch ein paar Backstabs! Warum ist das heftig? In den Rücken! Jungs, warum ist die ein Hotwing, Digga? In den Rücken! Lass sie mir in Ruhe! Lass sie mir in Ruhe! Lass sie mir in Ruhe! Alles weg hier! Ihr könnt nur von hinten angreifen wie so kleine Feinklinge! Damit kenn ich mich aus, Leute! Komm her! Aua! Ja, ess dein Apfel! Ess ihn! Du bist ein kleiner Schwächling! Junge, mach's fertig, Digga! Runtermilch! Mit dir von diesem Berg! Du wirst down gehen! Du wirst down gehen! Du wirst down gehen! Aua! Aua! Check fest! Gar nichts ab dir! Ihr seid zu schwach dafür! Verpunt! I'm out going! Oh! 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 Okay, ich geh weg, ich geh weg! eine gewalt der ladung action eine rüstung ist kaputt gegangen so kann ich mich richtig verteidigen eine hose und meine schule sind fast komplett dahin kann ich nichts mehr machen und wer ist denn der stärkste erzählen wir mal wer ist der stärkste in deinen augen ja das ist ja das für auch zu machen auf damit okay okay hört mit dem backstab auf ich folge dir entspann dich mal jetzt meine ganze rüstung ist fast kaputt ich wollte die backstab man was soll ich tun warum stellt sich auf die seite anstatt anstatt sich mit uns zu verbinden weil die youtube insel vernichtet werden muss ganz klar die youtuber insel muss einfach untergeben der alpha clan gehört jetzt mittlerweile zu uns sie haben sich uns angeschlossen aber ich vertraue denen nicht